Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Freunde der SAP Basis Grundlagen. Wir beschäftigen uns heute anhand von unserem SAP Netweaver ABAP Übungssystem mit der Frage, wie startet eigentlich so ein SAP ABAP System? Ich werde euch heute durch den Prozess führen, wie so ein System im Endeffekt startet. Und da fangen wir wirklich bei den absoluten Basics an. Und zwar sind wir aktuell einfach nur in dem Status, ich habe meine Linux virtuelle Maschine, unser OpenSUSE Linux, gestartet und das SAP System an sich ist noch nicht gestartet. Okay, wie haut das Ganze jetzt im Endeffekt ab? Unser SAP System ist ja aktuell nicht dafür konfiguriert, dass das SAP System automatisch startet, wenn das Betriebssystem hochkommt. Dafür fehlen uns einige Dinge. Es gibt unter Linux verschiedene, ich sage jetzt mal, Frameworks, wie das System beim Booten herausfindet, welche Programme es starten soll. Es gibt hierzu verschiedene Rahmenwerke. Eines ist der sogenannte System-D und was SAP verwendet ist System-V. Ich werde jetzt kurz mal den System-D kurz anträgern. Es gibt im Verzeichnis etc. System-D gibt es so Dateien, welche im Endeffekt verschiedene Services beschreiben, die automatisch gestartet werden sollen, wenn das Betriebssystem hochkommt, wenn es startet. Da seht ihr, da sind hier einige Konfigurationsdateien hinterlegt, mit denen verschiedene Services beschrieben werden. Zum Beispiel möchte das Betriebssystem automatisch die Netzwerkdienste hochbringen, wenn es startet oder den System-Protokollierungsdienst. Der System-D, der läuft auch, das können wir kurz prüfen, PS-EF, Grab System-D und da seht ihr, da läuft hier unser System-D im Hintergrund. Der startet alle Services, die entsprechend hier unter etc. System-D beschrieben sind. Es gibt noch einen älteren Standard. Dieser Standard nennt sich System-V. Und dieser Standard hat seine Start-Skripte im Verzeichnis etc.init-D. In diesem Verzeichnis befindet sich ein Skript namens subinit. Und ihr seht also, unser SAP-System verwendet diesen älteren Standard, diesen System-V-Standard. Das heißt, unser SAP-System verwendet aktuell nicht den System-D. Das wäre der neuere Standard, der zu bevorzugen wäre. Es gibt eine Initiative von der SAP, das auf den System-D-Standard umgeschwenkt wird. Ja, hier packe ich euch mal kurz einen Blog-Artikel von der SAP aus. Ihr seht also, das ist noch gar nicht mal so lange her. SAP-Software soll langfristig über den System-D-Standard gestartet werden. Das ist allerdings heutzutage noch nicht weit verbreitet. Deswegen erwähne ich es in diesem Video nur ganz kurz. Und erkläre euch jetzt den Rest wieder anhand vom weit verbreiteten Standard, der eben das System-V-Framework verwendet. Wir haben jetzt also im Verzeichnis etc.init-D unser Skript subinit. Dieses Skript subinit, da können wir mal die Hilfe aufrufen. Und da sehen wir, dieses Skript subinit hat verschiedene Parameter, mit denen wir es aufrufen können. Geben wir einfach mal ein Subinit-Status. Dieser Status kann bei euch jetzt anders aussehen. Bei mir sind schon einige Prozesse gestartet. Was sind jetzt diese drei Prozesse? Der oberste Prozess ist der SAP-Host-Agent. Wozu wird der SAP-Host-Agent gebraucht? Der SAP-Host-Agent, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist die Schnittstelle zwischen dem SAP-System und dem Betriebssystem. Das heißt, der SAP-Host-Agent, der läuft im Hintergrund. Das können wir auch wieder überprüfen. PS-EF, grab-sub-host-exec. Und da sehen wir, der SAP-Host-Agent, der läuft gerade. Ja, es gibt hier eine schöne Seite von der SAP, die beschreibt so ein bisschen, was der SAP-Host-Agent macht. Der SAP-Host-Agent wird zum Beispiel für das Monitoring verwendet. Auch um, ja, bestimmte Aspekte des SAP-Systems zu starten und zu stoppen, beispielsweise. Und beispielsweise, wenn ihr eine Wartung durchführt, also wenn ihr beispielsweise ein SAP-System installiert, deinstalliert oder upgradet, dann stellt der SAP-Host-Agent die Software-Lifecycle-Interfaces zur Verfügung. Also die Web-Oberfläche, mit der ihr diese Wartungsarbeiten durchführt. Das heißt, der SAP-Host-Agent ist eine wichtige Komponente, die in der Regel laufen sollte auf dem Betriebssystem. Dann gibt es noch den SAP-OS-Collector, SAP OSCOL, der sammelt Metriken für das Monitoring. Also ihr könnt in eurem SAP-System nachschauen, zum Beispiel, wie ist die aktuelle Prozessorauslastung und so weiter auf dem System. Und das sammelt das SAP-System, diese Informationen sammelt das SAP-System über diesen Prozess hier, den SAP-OS-Collector. So, mal kurz auf den SAP-Host-Agent eingegangen. Der SAP-Host-Agent befindet sich im Verzeichnis User SAP Host CTRL. In diesem Verzeichnis User SAP Host CTRL gibt es zwei Verzeichnisse. Das Work-Verzeichnis. In diesem Work-Verzeichnis befinden sich einige Log-Dateien, also Protokoll-Dateien über den SAP-Host-Agent. Und es befinden sich, ja, ein paar Arbeitsordner in, ja, diesem Verzeichnis, also temporäre Dateien, die der SAP-Host-Agent während seiner Laufzeit generiert und braucht. Die werden hier abgelegt. Im Excel-Verzeichnis ist einmal das Profil des SAP-Host-Agent, mit dem der SAP-Host-Agent konfiguriert wird. Das ist diese Datei hier, die Datei Host Profile. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ihr müsst jetzt nicht gleich verstehen, wozu hier diese Konfigurationsparameter sind. Ich wollte es einfach mal nur zeigen. Dieser SAP-Host-Agent hat eine Datei namens Host Profile, mit der er konfiguriert wird. Und es gibt hier diverse ausführbare Dateien und Software-Bibliotheken. Die wichtigste ausführbare Datei ist Subhost Exec. Mit dieser Datei Subhost Exec können wir uns beispielsweise aktuell den Status des SAP-Host-Agent ansehen. Da sehen wir, der Host-Agent, der läuft gerade. Wir können ihn auch stoppen und neu starten. Mit Minus Stop können wir ihn stoppen. Jetzt sollte der Host-Agent nicht mehr laufen. Dem ist so. Und jetzt können wir ihn auch mit Minus Restart wieder starten. Und jetzt sollte der Host-Agent entsprechend wieder laufen. Jawohl, dem ist der Fall. So, der Host-Agent muss also laufen. Und dieses Script, dieses Subinit-Script, macht im Endeffekt genau das, was wir jetzt gerade manuell gemacht haben. Es prüft, ob der Host-Agent läuft und es startet ihn. Ja, das macht unter anderem dieses Subinit-Script. Also das Erste, was das Subinit-Script macht, ist, es guckt, läuft der Host-Agent. Gut. Und wenn der Host-Agent nicht läuft, dann wird der Host-Agent entsprechend gestartet. Okay. Das Gleiche passiert mit dem SAP OS Call. Den lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Was ist dieser SAP Start SRV? Da muss man verstehen, es gibt mehrere SAP Start SRV auf unserem System. Wir haben auf unserem System, auf unserem User SAP NPL System, unser SAP System hat ja die System-ID NPL, haben wir zwei Instanzen installiert. Das habe ich im letzten SAP Basis Grundlagen Video erklärt. Wir haben eine Zentralinstanz mit der Instanz Nummer 01 und wir haben eine Dialoginstanz mit der Instanz Nummer 00. Für jeden dieser beiden Instanzen gibt es einen SAP Start SRV. Können wir jetzt mal prüfen. PS-EF, EF, grep, SAP Start SRV. Dort sehen wir, sowohl für die Zentralinstanz mit der Instanz Nummer 01 gibt es einen SAP Start SRV und für die Dialoginstanz mit der Instanz Nummer 00 gibt es auch einen SAP Start SRV und wir sehen, auch für den Host-Agent gibt es einen SAP Start SRV. Was sind jetzt diese SAP Start SRV Prozesse? Diese SAP Start SRV Prozesse sind im Endeffekt Web Services. Web Services deswegen, weil ich über HTTP oder HTTPS mit diesen Services kommuniziere. Diese Services horchen auf bestimmten Ports. Ports sind sozusagen Adressen oder Hausnummern, mit denen ich über das Netzwerk verschiedene Prozesse adressieren kann. Ja, wenn ihr als Benutzer NPL ADM beispielsweise das Tool SAP Control benutzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, getProcessList, um den Status meiner SAP Prozesse abzufragen auf der Instanz 00, also auf der Dialoginstanz, dann passiert nichts anderes, als dass ich an diesen SAP Start SRV hier eine Anfrage sende. Und dieser SAP Start SRV, der horcht auf einem bestimmten Port. Und zwar ist der Port immer zusammengesetzt aus der Instanz Nummer. Das ist in unserem Fall bei der Dialoginstanz die Nummer 00. Und dann gibt es einmal den 13er-Port. Das ist der HTTP-Port, der ist unverschlüsselt. Und es gibt den HTTPS-Port, der ist verschlüsselt. Das heißt, diese beiden Ports hier, 50013 und 50014, sind die Ports für meine Dialoginstanz. Meine Zentralinstanz hat auch diese beiden Ports, nur ist hier der Port 5013 und 14, weil die Zentralinstanz ja die Instanz Nummer 01 hat. Das heißt, der 5013 ist der unverschlüsselte HTTP-Port und der 5014 ist der verschlüsselte HTTPS-Port. Der SAP Host Agent hat ja auch einen Substart SRV. Dieser horcht allerdings nicht auf so einen 5-irgendwas-Port, sondern der SAP Host Agent, der horcht auf den Ports 1128 und 1129. Der 1129er ist jetzt hier nicht konfiguriert. Deswegen horcht der Host Agent da jetzt gerade nicht drauf. Der 1128er ist der standardmäßig konfigurierte, unverschlüsselte HTTP-Port. Der 29er wäre der verschlüsselte HTTPS-Port. Das heißt, alle Komponenten, also die beiden Instanzen und der SAP Host Agent, kann ich über diesen SAP Start SRV Web Service ansteuern. Ich kann beispielsweise mit SAP Control, kann ich ja sagen, Minus Nummer 00, Get Process List, also mir den Status anzeigen. Ich kann aber auch sagen, Stop, also stoppen. Und kann das SAP System dadurch im Endeffekt stoppen. Das heißt, über diesen Web Service, das dauert jetzt ein paar Sekunden, sollte gleich soweit sein, kann ich mein SAP System beeinflussen. Ich kann es starten und stoppen. Ja, genau. Jetzt seht ihr hier die einzelnen Prozesse. Mein SAP System rauscht hier auch ab. Und jetzt ist die Dialog Instanz gestoppt. Und das Ganze habe ich gemacht, indem ich über SAP Control an den SAP Start SRV einen, ja, eine Anfrage geschickt habe. Ja, eine, einen HTTP Befehl, einen Befehl über HTTP. Ja, das hier sind im Endeffekt sogenannte Web Methods, also Methoden, die ich über HTTP oder HTTPS entsprechend aufrufen kann. Okay, jetzt haben wir das hier schon mal so ein bisschen geklärt. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ja. Dieses Script etc init d subinit. Das ist im Endeffekt ein Shell-Skript. Subinit. Ja, da seht ihr, das ist ein ganz normales Shell-Skript. Muss ich jetzt kurz dazu sagen, das hier ist Quellcode von der SAP. Auch wenn das hier nur ein Shell-Skript ist, ist dieser Quellcode natürlich urheberrechtlich geschützt. So, über dieses Shell-Skript werden die ganzen Services gestartet, die benötigt werden, damit das SAP-System starten kann. Ja. Das heißt, wir können jetzt einfach mal sagen, subinit start. So, ja, jetzt sehen wir hier, ähm, der Host-Agent läuft und, ähm, die Zentralinstanz läuft und deswegen sagt er jetzt hier already running. Wenn wir jetzt allerdings den Status von unserer Dialoginstanz abfragen, dann ist die immer noch gestoppt. Das heißt, ja, dieses SAP-Init-Skript, das ist jetzt nicht so übermäßig intelligent, ja. Also dieses SAP-Init-Skript, das, ähm, startet quasi nur, ähm, die Basis-Prozesse, also beispielsweise den Host-Agent, den SAP OS-Collector und die SAP Start-SRVs. Was dieses SAP-Init-Skript aber nicht macht, ist die einzelnen Instanzen zu starten, ja. Das macht dieses SAP-Init-Skript von, also per Default nicht. Aber zumindest, wenn die virtuelle Maschine hochkommt, würde beim Ausführen dieses SAP-Init-Skripts, würden diese drei Prozesse hier gestartet werden. Das können wir jetzt mal kurz ausprobieren. Und zwar, ich stoppe unseren SAP-Host-Agent. Gut, user-sap-host-ctl-sap-host-exec, äh, exe, sub-host-exec-stop. Es sollte jetzt dann kein SAP-Host-Agent mehr laufen. Gut, dann, ähm, soll, laufen eventuell noch die SAP-Start-SRVs. Okay, jetzt machen wir mal kurz Folgendes. Wir stoppen noch unsere Zentral-Instanz. Die läuft ja aktuell noch. Die stoppen wir jetzt auch kurz. So, die ist gestoppt. Und jetzt stoppe ich sauber die beiden SAP-Start-SRVs. Minus-Function-Stop-Service. Und das gleiche, ups, noch mit der Nummer 00, Minus-Function-Stop-Service. Jetzt sollte nur noch, jetzt sollte kein SAP-Start-SRV mehr laufen. Okay, läuft jetzt noch der SAP-OS-Collector? Nein, der läuft auch nicht mehr. Der wurde gestoppt, als wir den SAP-Host-Agent gestoppt haben. Das heißt, es läuft aktuell kein Prozess mehr als Benutzer NPL-ADM. Was jetzt noch läuft, ist unsere Sybase-Datenbank. Die lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Die läuft unter dem Benutzer SIP-NPL. Und die Datenbank, die läuft jetzt noch. Aber die lassen wir, die klammern wir jetzt mal so ein bisschen aus. Okay. Jetzt führe ich dieses SAP-Init-Script aus. Start. Start. Okay. Das SAP-Init-Script ist fertig. Was läuft jetzt auf unserem System? Läuft der SAP-Host-Agent? Jawohl, der läuft. Läuft der SAP-OS-Collector? Der läuft auch. Laufen die SAP-Start-SRVs? Auch diese laufen. Das heißt, was macht dieses SAP-Init-Script? Dieses SAP-Init-Script ist dafür zuständig, diese drei Prozesse hier zu starten. Ja? Okay. Mehr macht dieses Script nicht. Dieses Script hat jetzt nicht unsere Instanzen gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit SAP-Control den Status meiner Instanzen abfrage, dann sind die immer noch gestoppt. Okay? Ist wichtig zu verstehen. So, jetzt wird dieses SAP-Init-Script aktuell nicht beim Start ausgeführt. Das können wir überprüfen. CheckConfig minus A, SAP-Init off. Das heißt, dieser SAP-Host-Agent und so weiter wird aktuell nicht beim Systemstart automatisch gestartet, sondern was wir aktuell machen immer ist, wir werden zum Benutzer NPL-ADM und wir führen dann dieses Start-Sub-Script aus. Dieses Start-Sub-Script ist im Ordner, wo der NetWeaver Kernel liegt. Ihr seht das hier. Beziehungsweise, das ist hier das SAP-MNT-Verzeichnis. Also, das ist hier das zentrale SAP-MNT-Verzeichnis. Und da liegt dieses Start-Sub-Script. Dieses Start-SAP-Script, muss ich dazu sagen, gibt es bei neueren SAP-Releases gar nicht mehr. Das heißt, dieses Skript hier, Start-SAP und auch sein Gegenpart, Stop-SAP, gibt es bei neueren Releases nicht mehr. Ja, wollte ich nur dazu sagen. Aber wir starten im Endeffekt alles manuell, weil dieses Start-SAP-Skript ist im Endeffekt auch einfach nur ein Shell-Skript. Code ist urheberrechtlich geschützt. Okay, ist nur ein Shell-Skript. Und wir machen das alles hier manuell. Wir könnten aber konfigurieren, dass dieses SAP-Init-Skript, das hier, automatisch bei System-Start gestartet wird. Um das Ganze zu bewerkstelligen, würdet ihr etwas konfigurieren, wie checkconfig-level-3 und 5, sagen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt in diesem Video nicht auf Linux-Run-Level ein. Das machen wir vielleicht in einer anderen Videoserie mal. Und dann subinit on. Da habe ich jetzt ein kleines Problem. Da fehlt mir der ints-serve, diese Binary. Kann ich die gerade mal installieren? Nope, ja, ich habe hier, wo ich gerade bin, keinen Interwebs-Zugriff. Dann, äh, trust me, bro. Ähm, dann müsst ihr mir da an der Stelle vertrauen, wenn ihr diesen Befehl ausführen würdet. Dann würdet ihr bei diesem Command hier, äh, list, bei subinit jetzt bei 3 und 5 ein on vorfinden. Das heißt, der subinit würde bei den Run-Levels 3 und 5 automatisch starten. Ihr braucht halt diese intserve-Binary, damit er das entsprechend einstellen kann. Okay, dann hättet ihr somit geschafft, dass jedes Mal, wenn das System startet, diese 3, ähm, Binaries starten. Sprich, ähm, der subhost-agent, der, die substart-srv's und der subos-call. Ja, diese 3 Services würden starten. Das, ähm, reicht ja aber noch nicht. Das heißt, unsere SAP-Instanz ist ja damit noch nicht gestartet. Aber ich zeige euch jetzt vorher nochmal eins, und zwar, ähm, diese substart-srv's, die werden auch über eine, ein Shell-Skript gestartet, beziehungsweise können auch über ein Shell-Skript gestartet werden. Und zwar heißt dieses Shell-Skript user-sap-subservices. Es kann sein, dass, ähm, ihr dieses Skript erst ausführbar machen müsst mit chmod u plus x subservices. Und dann können wir da mal kurz reinschauen. Diese subservices-Datei hat im Endeffekt nur die Start-Kommandos für die, ähm, verschiedenen, ja, Instanzen. Die erste Zeile hier startet den substart-srv für die zentralen Instanz mit der Nummer 01. Und, ähm, die zweite Zeile startet den substart-srv für die Dialoginstanz mit der Nummer 00. Genau, das ist im Endeffekt, ähm, diese Schoße hier. Und, ähm, wir können das Ganze jetzt mal kurz ausprobieren, indem ich die substart-srv's für die beiden Instanzen beende. Die laufen ja aktuell noch. Die kann ich jetzt mal kurz beenden. Der Nuller ist weg. Und der Einser ist weg. Das heißt, die sollten jetzt nicht mehr laufen. Jetzt läuft nur noch der substart-srv für den Host-Agent. Und jetzt führen wir diese Datei hier aus, user-sap-subservices. Und jetzt sollten die substart-srv's für alle drei Komponenten wieder laufen. Ihr seht, das ist der Fall. Also, das ist auch ein Shell-Skript, mit dem man theoretisch diese substart-srv's starten könnte. Allerdings muss ich dazu sagen, dieses sub-services-Skript, das startet nur die substart-srv's. Das heißt, das startet für euch nicht den Host-Agent und es startet für euch nicht den subOS-Collector. Das müsstet ihr nochmal extra machen. Und zwar, indem ihr beispielsweise hierbei im Verzeichnis vom Host-Agent die subhost-exec mit minus restart ausführt. Und dann werden diese beiden Prozesse auch nochmal gestartet. Und dadurch wäre es euch möglich, die drei Prozesse ohne die subinit zu starten. Also, ihr könnt entweder die subinit mit Start aufrufen. Oder ihr könnt einmal user-sap-subservices aufrufen. Und dann user-sap-host-ctl-exe-sap-host-exec-restart. Beide Wege führen nach Rom. Okay. So, wie starten wir jetzt unsere Instanz? Im Hintergrund, also ich habe euch ja schon mal erklärt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das SAP-System zu starten. Wenn der substart-srv noch nicht läuft, dann könnt ihr dieses start-sap-Skript verwenden. Wo liegt dieses start-sap-Skript? Das liegt im sub-mnt-netweaver-kernel-Verzeichnis. Das bedeutet, wir haben ja im letzten SAP-Basis-Video über den netweaver-kernel gesprochen. Und dieses start-sap-Skript, das läuft, das liegt in diesem, ja, netweaver-kernel-Verzeichnis. Genauso wie sein Bruder oder seine Schwester, stop-sap. Dieses stop-sap-Skript startet und stoppt alles ebenfalls für euch. Das heißt, das ist ein dritter Weg, um alle Services zu starten, mit dem Unterschied, dass dieses start-sap-Skript für euch zusätzlich die Datenbank startet, also auch die Sybase-Datenbank und die beiden Instanzen. Also, sub-init startet nur, sub-start-sav, sub-os-call und Host-Agent. Ja, start-sap startet alles, inklusive DB und Instanzen. Ein wichtiger Unterschied. Okay. Ähm, gut. Das heißt, jetzt haben wir über dieses start-sap-Skript gesprochen. Muss ich allerdings dazu sagen, dieses start-sap-Skript begibt es bei neueren SAP-Releases gar nicht mehr. Das heißt, die SAP geht komplett weg von diesen beiden Skripten. Die gibt es irgendwann nicht mehr bei neueren Versionen von SAP. Das heißt, von der Benutzung dieser Skripte solltet ihr euch langfristig entfernen, sondern was ist das richtige Vorgehen? Das richtige Vorgehen ist, ihr startet erst die drei Hauptprozesse, also Host-Agent, OS-Collector und die sub-start-savs und dann benutzt ihr sub-control und könnt damit die einzelnen Instanzen starten. Also, hier jetzt zum Beispiel könnte ich mit, ähm, nehmen wir mal erst die zentrale Instanz, also mit GetProcessList kann ich hier den Status abfragen und mit Start könnte ich die zentrale Instanz starten. Ja. Und bevor ihr die Dialoginstanz sauber starten könnt, müsst ihr auch noch die Datenbank starten, ne? Das heißt, das muss gegeben sein. Jetzt gehen wir mal kurz einen Schritt zurück. Also, ich möchte meine Dialoginstanzen starten. Was passiert der Reihe nach, damit ich diese Dialoginstanzen starten kann? Also, zunächst mal habt ihr schon gemerkt, müsst ihr den sub-control, ja, als Benutzer NPL-ADM ausführen. Dieser Benutzer NPL-ADM, der hat ein Home-Verzeichnis, Home NPL-ADM. In diesem Verzeichnis sind sehr viele CSH- und SH-Dateien drin, die seine Umgebungsvariablen setzen. Also, da wird quasi die System- und Benutzerumgebung von diesem NPL-ADM gesetzt, ne? Ähm, die SAP schreibt auch Inhalte in eure Shell-Start-Skripte rein. Zum Beispiel, wer sich mit Linux auskennt, der kennt die Datei .profile. Die Datei, ähm, Home, dann der Home-Ordner und dann .profile. Diese Datei, die wird ja jedes Mal ausgeführt, wenn ihr eine neue Shell-Sitzung startet. Also, wenn ich mich jetzt auslogge und wieder zum Benutzer NPL-ADM werde, dann wird eine neue Shell-Sitzung gestartet. Und diese neue Shell-Sitzung ruft die Datei .profile auf. Und in dieser Datei .profile, da schreibt die SAP bei der Installation auch wieder ein bisschen Schnickschnack rein. Beziehungsweise, okay, in diesem Release, ehrlich gesagt, nicht. Allerdings, schreibt in diesem Release die SAP-Inhalte in die Bash-RC. No, Moment. Bin ich überhaupt... Oder in die CSHRC dann. Ah ja, genau. Okay, also, hier ist der Inhalt in der CSHRC. Und die CSHRC, die wird ja jedes Mal ausgeführt, wenn ihr eine Sitzung mit der CSH öffnet. Ja, jetzt benutzen wir hier die CSH. Und ihr merkt auch, da hat sich jetzt der Kommandozahlenprompt geändert und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Sitzung mit der CSH aufrufe, wird als allererstes die Datei .profile gelesen. Danach die Datei .cshrc. Und in dieser CSHRC, da sind Links zu den anderen CSH-Dateien. Ja, da wird hier versucht, da auszufuchsen, welche CSH-Dateien relevant sind. Und dann werden auch diese CSH-Dateien geladen. Und diese verschiedenen CSH-Dateien und SH-Dateien. CSH wird für die C-Shell benutzt und SH für die Bash oder für die SH. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal rausgehe, hier ist die aktuelle Shell ja die Bash. Dann werden hier die SH-Dateien verwendet. Wenn ich in die CSH reingehe, dann werden die CSH-Dateien verwendet. Und so wird quasi die Umgebung von unserem NPL-ADM gesetzt. Der hat dann ein paar Variablen zur Verfügung. Zum Beispiel, ja, die Secodir gibt es jetzt hier gar nicht. Okay, muss ich mal kurz schauen. Was gibt es denn dann hier? Wim.subenv.cshr Dir-Library gibt es zum Beispiel. Okay. Echo-Dir-Library. Und da seht ihr, das ist jetzt so eine Umgebungsvariable, die hier gesetzt wurde. Genau. Und so funktionieren erstmal diese Shell-Skripte, die quasi die Umgebung für unseren NPL-ADM setzen. Und diese Umgebungsvariablen sind auch notwendig, um auf anständige Art und Weise mit dem SAP-System zu interagieren. Das ist nur wichtig, dass man das mal gesehen hat, dass eben diese Shell-Dateien im Home-Verzeichnis auch eine Rolle spielen. Hier ist jetzt die Standard-Shell für den Benutzer NPL-ADM, die Bash. Das muss allerdings nicht der Fall sein. Bei anderen SAP-Versionen wird häufig die CSH eingestellt. Ja. Da ist dann die CSH, die Standard-Shell. Auf jeden Fall ist euer Home-Verzeichnis so eingerichtet, dass ihr grundsätzlich mit beiden Shells arbeiten könnt. Also sowohl mit der Bash als auch mit der CSH. Hier seht ihr zum Beispiel, der Sybase-Admin, der hat die CSH als Standard-Shell. Das können wir auch mal kurz probieren. Ich kann mich ja mal als SIP-NPL einloggen. Und da seht ihr, da ist jetzt, sollte das hier, genau, da ist jetzt die CSH entsprechend die Shell, die hier benutzt wird. Standardmäßig. Okay. So. Also jetzt wurde die Umgebung des Benutzers geladen. NPL-ADM. Der hat jetzt seine Systemumgebung. Die ist vorhanden. Und jetzt muss er quasi mit SAP-Control die Instanz starten. Ja. Das wäre jetzt quasi der nächste Schritt. Was passiert, wenn der Benutzer NPL-ADM dieses Start-Kommando hier ausführt? Ja, also Dialoginstanz 0, 0, Function Start. Dann passiert folgendes. Der Benutzer NPL-ADM, der geht in das Profilverzeichnis des SAP-Systems. Da gibt es einen Alias, der nennt sich CD-Pro. Wo kommt dieser Alias her? Der Alias kommt aus den Shell-Dateien. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier mal CD-Pro. So. Genau. Und da seht ihr jetzt hier, also wir sind jetzt aktuell im Home-Verzeichnis vom NPL-ADM. Und dort sehen wir, dieser Alias CD-Pro, der wird in der Datei .sap-env.csh bzw. sh gesetzt. Und hier in der Maschinen- oder Hosts-spezifischen Datei auch nochmal. Genau. Da kommt also dieser Alias her. Dieser CD-Pro-Alias. So. Und in diesem Verzeichnis, da sind Profile drin. Und da wir ja sagen, SAP-Control Nr. 00 start, weiß der SAP-Control, das ist für die Instanz 00. Also würde er in dieses Profil hier reinschauen. Und da können wir mal kurz reinschauen. In diesem Profil sind die Konfigurationsparameter für diese Dialoginstanz gesetzt. Also es steht zum Beispiel drin, was ist die System-ID, was ist die Nummer dieser Instanz, was ist der Name dieser Instanz, D00. Und diese Datei wird eben gelesen, um die ganzen Konfigurationsparameter festzulegen. Ihr seht hier so ein paar Variablen, woher diese Variablen kommen und wie sie definiert werden. Das schauen wir uns in einem anderen Video nochmal an. Das sind so Variablen, die sind hartcodiert teilweise. Schauen wir uns in einem anderen Video an, wie wir uns die hier zaubern. Und jetzt springen wir nochmal in das Profil von der zentralen Instanz rein. Da wird es nämlich nochmal ein bisschen spannender. Da könnt ihr nämlich sehen, dass es möglich ist, in den Profildateien zur Instanz Befehle zu definieren. Zum Beispiel diese Sektion hier, das sind ZENV-Befehle. Wer sich mit Linux, mit der CSH, mit der C-Shell ein bisschen auskennt, der kennt den ZENV-Befehl. Damit setze ich Umgebungsvariablen. Also ich kann das mal kurz vormachen hier. Wir können mal sagen, ich muss erst in die CSH rein. Und dann sage ich hier ZENV-Test. Das ist der Name von unserer Variable. Und jetzt mit welchem Inhalt soll diese Variable befüllt werden? Dies ist ein Test. Und dann sage ich jetzt hier ECHO-Test. Und dann seht ihr, wir haben jetzt mit diesem Kommando hier die Umgebungsvariable Test mit diesem String hier befüllt. Und das ist im Endeffekt das, was diese ZENV-Befehle hier machen. Die sagen, führe aus ZENV-Dealibrary, Leerzeichen. Und das ist eine Standardvariable, die im SAP-System kodiert ist. Mit dem Inhalt wird dann diese Umgebungsvariable gefüllt. Was es auch noch gibt, was auch interessant ist, es gibt diese Execute-Direktiven. Und diese Execute-Direktiven, die führen ein Kommando aus. Ein Kommandozeilen-Kommando. Das bedeutet, was passiert? Jedes Mal, wenn ihr die Zentralinstanz startet, also die Instanz mit der Nummer 01, dann wird ja diese Profildatei hier von oben nach unten gelesen. Und jedes Mal, wenn so eine Direktive hier gelesen wird, wo ein Kommando ausgeführt wird, also zum Beispiel, wenn diese Zeile hier gelesen wird, wird ein ZENV-Kommando ausgeführt. Ja, jedes Mal, wenn so eine Zeile erwischt wird, dann wird dieses entsprechende Kommando auch ausgeführt. Hier seht ihr zum Beispiel, in diesem Execute-Kommando wird SAP-CPE ausgeführt. Und wir haben ja letztens gelernt, was SAP-CPE macht. SAP-CPE kopiert die Inhalte von dem SAP-MNT-Verzeichnis, also vom gescherten NetWeaver-Colonel-Verzeichnis zum lokalen NetWeaver-Colonel-Verzeichnis der Instanz. Und dadurch ist es uns möglich, hier eben jedes Mal, wenn wir die Instanz 01 starten, über SAP-CPE einen Abgleich durchzuführen. Das heißt, wenn der NetWeaver-Könel im SAP-MNT-Verzeichnis neuer ist, dann wird der Inhalt über SAP-CPE in das lokale Verzeichnis kopiert. Ja, da seht ihr jetzt mal ein sehr gutes Beispiel, wie hier eben im Profil der SAP-Instanz auch nochmal Kommandos definiert sein können, die ausgeführt werden. Und dadurch haben wir auch eine schöne Brücke geschlagen zu SAP-CPE, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Und ihr seht hier im Endeffekt, wird hier dieses Kommando ausgeführt. Das können wir uns jetzt mal zusammenbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also im Endeffekt können wir hier mal kopieren und dann gehen wir hier raus. Und ich zeige euch das jetzt mal. Also die Zeile sagt ja Immediate Deer CT Run. Also was bedeutet erstmal Deer CT Run? Es gibt, wir können, das sind wie gesagt hardcodierte Variablen im SAP-System. Die können wir mit SAP PF Paar auslesen. Und da brauche ich jetzt mal kurz hier SAP-MNT-NPL und dann Profile und dann das Profil von unserer Zentralinstanz. Ups, genau. Es ist ja CSH hier, genau so. Okay, und dann sagen wir Deer CT Run. Okay, also Deer CT Run steht für dieses Verzeichnis. Jetzt haben wir hier noch FT Exe. Das ist aktuell leer. Okay, dann haben wir noch Underscore PF. Okay, das ist also das hier. Und dann haben wir Underscore CP Arc 0. Okay, das heißt, was wird für ein Kommando ausgeführt? Das Kommando, welches ausgeführt wird, ist Immediate Deer CT Run. Dann, äh, dann Slash SAP CPE. Dann FT Exe ist leer, ne, da ist nichts drin. Dann PF ist gleich Underscore PF, also das hier. Okay, und dann Leerzeichen CP Arc. Und CP Arc ist das hier. Das heißt, das hier ist das Kommando, welches ausgeführt wird, wenn beim Starten der SAP Instanz diese Execute 00 Zeile ausgewertet wird. Dann wird als Benutzer NPL ADM unter Verwendung der CSH, also der C-Shell, dieses Kommando hier ausgeführt. Und was dieses Kommando jetzt genau bedeutet, das ist ein fortgeschrittenes Video zum Thema SAP CPE. Das werde ich jetzt so nicht genauer erläutern. Im Endeffekt kopieren wir nur Dateien vom SAP MNT Ordner, die in dieser Liste definiert sind. In dieser Listendatei. Und, ähm, genau, das ist im Endeffekt, ähm, das passiert, wenn ich die einzelne Instanz starte. Das heißt, was passiert, wie startet jetzt ein SAP System? Fazit. Also, als erstens, es wird der SAP Host Agent gestartet. Dieser kann auf zwei, ähm, Arten gestartet werden. Einmal direkt über User, SAP, Host, CTL, Excel, ähm, und dann SAP Host, Excel, Minus, Restart. Oder er wird über die etc. init.d, SAP Init gestartet. Ja, zweite Möglichkeit. Und dadurch wird auch der SAP OS Collector gestartet, ne? Okay. Dann drittens, ja, schreiben wir hier mal dazu. Der SAP Host Agent startet auch den SAP OS Collector. Okay. Drittens. Die SAP Start SRVs müssen gestartet werden. Beim Host Agent wird das mit dem Host Agent zusammen gemacht. Ähm, für, äh, die Dialog- und Zentralinstanz muss allerdings, ja, die müssen extra gestartet werden. Das kann ich zum Beispiel machen über, ähm, die Datei, also das wird zum einen gemacht über die etc. init.d.sap.init. Die kann das für uns erledigen. Es kann aber auch gemacht werden durch die Datei User.sap.subservices. Die kann auch den, ähm, SAP Start SRV für uns starten. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, ich kann mich als NPL-ADM hier einloggen und kann sagen, SAP Control, Minus, Nummer 00, Minus Function, Start Service und dann die System-ID, also NPL. Und das gleiche kann ich dann auch nochmal für die, äh, zentrale Instanz machen. Und dadurch kann ich den SAP Start SRV auch starten. Okay. Ähm, dann sind jetzt diese drei Hauptprozesse gestartet. Als nächstes, Nummer 4, muss die Datenbank gestartet werden. Das ist jetzt individuell für die Datenbank, die ihr jeweils verwendet. Also, ähm, benutzt ihr SAP HANA oder benutzt ihr Sybase ASE. Wir benutzen in diesem System jetzt, ähm, Sybase ASE. Und das kann entweder direkt gemacht werden, also wir können direkt die Datenbank starten. Das ist ein Extra-Video, das zeige ich wann anders. Oder ihr könnt dieses Start SAP Script verwenden. Das Start SAP Script macht ja sowieso alles zusammen. Also, die Datenbank ist gestartet. Das ist Voraussetzung Nummer 4. Ja, und jetzt als fünftes, die Instanzen müssen gestartet werden. So, ähm, jetzt muss ich dazu sagen, müssen gestartet werden. Und das macht ihr normalerweise über SAP Control. Also zum Beispiel die Dialoginstanz starte ich so mit Minus Function Start. Ähm, ja, ähm, ihr werdet noch teilweise auf so Quellen stoßen, wo im Profil der Instanz ein sogenannter Autostart-Parameter gesetzt werden kann. Also, das dann zum Beispiel hier im Profil von der Zentralinstanz ist dann gesetzt, Autostart ist gleich 1. Das war damals eine Möglichkeit, so eine Instanz automatisch zu starten, wenn das System hochkommt. wird heutzutage nicht mehr verwendet, ja. Muss ich euch darauf hinweisen, das soll heutzutage eigentlich nicht mehr verwendet werden, dieser Autostart-Parameter. Und wir kommen gleich dazu, wie ihr das ansonsten machen könnt. Ähm, ja, wenn ihr jetzt wollen würdet, dass euer SAP-System automatisch hochkommt, dann, ähm, ja, müsstet ihr im Endeffekt beim Systemstart diese Sub-Control-Kommandos ausführen. Natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, ich führe beim Systemstart einfach dieses Start-Sub-Skript aus. Da muss ich aber auch dazu sagen, dieses Start-SAP-Skript, das gibt es in neueren SAP-Releases auch nicht mehr. Die SAP geht davon weg. Das heißt, die SAP geht, also was ist im Endeffekt obsolet, was ihr in älteren Quellen noch finden könnt. Also, die SAP geht, zumindest so habe ich es verstanden, ja. Die SAP geht weg vom Autostart-Parameter in den Instanzprofilen. Zweitens, die SAP geht weg vom Start-Sub- und Stop-Sub-Skript. Was jetzt hier bei unserem Netweaver-System ja noch da ist, ne. Also, wir haben ja noch ein Start-SAP-Skript und wenn wir dieses Start-SAP-Skript ausführen, dann wird alles für uns gestartet, ne. Die Datenbank und sämtliche Instanzen. Ja, was macht jetzt die SAP, um das zu kompensieren? Also, langfristig, ähm, geht die SAP zu diesem System hier über, nämlich zum System-D. Ja, dieser System-D, das ist ja, habe ich ja schon mal so ein bisschen angeteasert, das ist ja der neuere Standard, um, ja, Linux-Services automatisch zu starten und ist auch wesentlich intelligenter. Also, erlaubt mir beispielsweise zu definieren, startet das SAP-System nur, wenn die Datenbank bereits oben ist. Ja, solche Abhängigkeiten kann ich mit dem System-D relativ einfach definieren. Und das ist jetzt quasi, seit Anfang 2022 wird das hier propagiert, dass die SAP da langsam aber sicher rüberschwenkt. Das geht aber erst ab einer bestimmten Version los mit diesem System-D. Die meisten SAP-Kunden nehmen noch dieses, ähm, ja, System-V-Framework, welches wir, welches ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt als SAP-Kunde noch keinen System-D benutzt, weil ihr beispielsweise diese Voraussetzungen hier noch nicht erfüllt und ihr wollt euer SAP-System automatisch starten, wenn die virtuelle Maschine oder das Betriebssystem startet, dann würdet ihr euch quasi selber ein kleines Skript schreiben, wo ihr verschiedene Checks macht. Also zum Beispiel, ist die Datenbank gerade oben? Und so weiter und so fort. Und würdet dann eins nach dem anderen anstarten. Also ihr würdet zuerst die drei Prozesse anstarten, Hostagent, Substart, SAV, OS-Collector, würdet dann die Datenbank starten und würdet dann die Instanzen starten. Das würdet ihr quasi so machen. Es gibt noch Kunden, die haben quasi konfiguriert, dass sie dieses Start-SAP-Skript ausführen. Die werden aber irgendwann auf die Nase fallen, nämlich dann, wenn sie auf eine Release upgraden, wo dieses Start-SAP-Skript nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert, sagen wir es mal so, weil es zu alt ist und nicht mehr gepflegt wird. Ja, das heißt, geht weg von diesem Autostab-Parameter in den Profilen, geht weg vom Start-SAP und Stop-SAP-Skript. Jetzt hier für unser Übungssystem können wir Start-SAP und Stop-SAP verwenden. Ja, zum Beispiel, ich lasse es jetzt im Hintergrund mal laufen. Das Start-SAP-Skript kümmert sich ja um alles für uns. Da startet die Datenbank, da startet den Hostagent, den OS-Collector, die SAP Start-SAP-SKript und startet die Instanzen für uns. Das heißt, das Start-SAP-Skript kümmert sich um alles. Aber wie gesagt, die SAP geht weg von diesem Start-SAP-Skript. Das heißt, ihr solltet euch in eurer produktiven Systemlandschaft nicht mehr auf dieses Skript verlassen, weil es wird irgendwann einfach nicht mehr funktionieren. Ja, zumindest ist das so mein Verständnis von der Zukunft, wie dieses Skript behandelt wird. Und das hier ist noch kurz der SAP-Hinweis, den ich euch zeigen wollte. Da steht hier eben entsprechend, die Skripte Start-SAP und Stop-SAP sind, ja, deprecated. Also die werden in Zukunft nicht mehr weiter unterstützt. Und das ist schon seit April 2015 der Fall. Und das wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal zeigen, damit ihr hier seht, okay, das, was er hier erzählt, das hat wirklich Hand und Fuß. Man soll dieses Start-SAP und Stop-SAP-Skript im Produktivbetrieb nicht mehr verwenden. Und deswegen solltet ihr langfristig auf diesen System-D umstellen, den die SAP anbietet. Mit dem System-D werden wir uns vielleicht in einem anderen Video mal befassen. Und damit könnt ihr dann, wenn ihr das so haben wollt, nochmal intelligenter konfigurieren, unter welchen Umständen euer SAP-System automatisch gestartet oder gestoppt werden soll. Das Ziel dieses Videos war ja nicht zu konfigurieren, wie das SAP-System automatisch startet und stoppt, sondern ich wollte hier einfach mal darstellen, wie ein SAP-System startet. Und ja, das ist so ein bisschen der Überblick, den ich hoffe, hier geliefert zu haben. Ich hoffe, es war verständlich für euch, zu sehen, wie die einzelnen Komponenten ineinander spielen. Lasst mir gerne Feedback da zu diesem Video. Und wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, dann überlegt doch, ob ihr den Kanal nicht abonnieren wollt. Denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sehe euch hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.